Ich stoppe nicht das Video, wenn ich es nicht mehr essen will, sondern ist das wieder mal ein spezielles Video. Ja, ich weiß, schon wieder so ein Video. Ich muss euch ein bisschen nerven, aber ich will wirklich mein Ziel erreichen. Und das kann man mir auch mal wirklich gönnen von Herzen auf jeden Fall. Weil so viele Videos und sowas, wie ich für euch mache, ist das alles kostenlos. Weißt du, ein bisschen supporten kann man auf jeden Fall. Plus geht dafür auf jeden Fall raus an die Leute, die mich gerne supporten. Und ja, also geht am besten in meinem Link und downloadet euch das Spiel Way of Shadow Legends von meinem Link herunter. Und spät das Tutorial zu Ende, dauert ca. 5 Minuten. Mehr will ich gar nicht von euch. Und dann habt ihr mich auch schon sehr, sehr gerne supportet auf jeden Fall. Meine Freunde und dann würde ich sagen, abonniert für mehr Videos und würdet ihr das essen? Ich glaube echt nicht.